Hallo zusammen, hier ist VyDeutschla und heute bin ich mal wieder für euch in Leech unterwegs. Und zwar wollte ich euch hier wieder so einen kleinen Video-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um die 7.2 Tank Challenge The Highlord Returns. Und was wir für die alles machen müssen, will ich euch gleich zeigen. Aber vorab jetzt erstmal reingeworfen, ja ich habe das Ganze geschafft. Deswegen habe ich auch diesen tollen neuen Bären-Skin, den man dadurch erhält. Und ja, das ist für die Leute, die Videos durchklicken und schauen, ob die Leute es gepackt haben, um dann den ganzen Kampf zu sehen. Denn es kursieren ja doch einige Videos, wo die Leute nur den Anfang geschafft haben oder die erste Phase. Und dementsprechend, nein, hier auf jeden Fall seht ihr den ganzen Fight. Und ein bisschen zum Aufbau. Ich werde euch jetzt erstmal zeigen, wie wir insgesamt hinkommen zu der Tank Challenge. Danach einmal den kompletten Kampf zeigen mit Fähigkeiten. Da werde ich euch das auch mal schön rausarbeiten, was ihr alles an Fähigkeiten vom Boss habt, beziehungsweise von allen NPCs, die euch unterstützen. Und danach gehe ich mal ein bisschen spezieller auf den Druid ein, weil der erste Teil wird für alle Klassen sein, denn die Tank Challenge ist, ja, bei allen Tank Klassen dieselbe. Und danach, wie gesagt, gehe ich ein bisschen mehr auf den Druid ein. Dann zeige ich euch mal, was für Fähigkeiten ich beim Druid, beziehungsweise für Legendaries und was für Skillungen ich beim Druid hier empfehlen würde. Und zeige dann auch nochmal den kompletten Kampf kommentiert, wie ich es jetzt bei dem Druid Tank gespielt habe. Ja, soviel dazu. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mal durch. Als allererstes braucht ihr nämlich den Magierturm. Und zwar muss dieser aktiv sein. Wo ist der Magierturm? Erstmal hier auf der verhehrten Küste. Dann haben wir hier die drei Gebäude und der Magierturm muss aktiv sein. Sonst könnt ihr die Tank Challenge nicht spielen. Dann müsst ihr die Quest hier annehmen. Das ist ganz einfach. Nehmt ihr einfach die Quest hier in dem Lager an. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei welchen NPC genau. Müsst die dann bei dieser netten Dame abgeben. Und könnt dann hier die Tank Challenge betreten. Müsst aber immer 100 Nettersplitter zahlen. Das bedeutet, wenn ihr hier ein bisschen progressen wollt. Und ja, Leute, ihr werdet hier progressen. Ich habe doch eine gute Weile gebraucht, um das zu packen. Braucht ihr Nettersplitter. Und ich würde euch raten, ein paar tausend vorzufarmen. Sonst müsst ihr immer zwischendrin farmen. Und das kann euch ein bisschen abwacken dann, wenn man es eh durchziehen will. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich mal die kompletten Fähigkeiten an. Ja, sobald wir dann die 100 Nettersplitter gezahlt haben, kommen wir hier direkt schon in das Event. Und hier ist es ganz wichtig, dass ihr nicht gegen Krul, den Boss, den ihr fürs Abschließen des Events töten müsst, direkt kämpft. Sondern ihr kämpft erst gegen den ersten Boss, und zwar diesen Inquisitor hier. Den müsst ihr besiegen. Danach kommt Krul. Und dann habt ihr erst das Event abgeschlossen, wenn ihr Krul getötet habt. Was haben wir hier für Fähigkeiten in Phase 1? Und zwar haben wir erstmal die Aura of Decay. Und diese seht ihr hier schon ganz eindrucksvoll. Das ist diese riesengroße lila Pfütze. Und wenn ihr drin stehen bleibt, bekommt ihr alle paar Sekunden einen Debuff. Und dieser Debuff wirkt, dass ihr 10% weniger Maximallife habt. Heißt, wenn ihr 5 Stacks habt, habt ihr 50% weniger Maximallife. Und umso mehr Stacks ihr habt, umso weniger Maximallife habt ihr. Und ja, wenn ihr dann irgendwie 9 Stacks habt und so gut wie gar kein Life mehr habt, dann werdet ihr einfach von einem gewonnen shottet. Deswegen solltet ihr das auf jeden Fall vermeiden. Wichtig ist hier, geht ein bisschen rein, haut ein bisschen runter, bis ihr so 4, 5, 6 habt. Geht raus, resettet das und wiederholt das. Oder ihr versucht ihn mit Range-Fähigkeiten zu töten. Beziehungsweise versucht eure Attack-Range ein bisschen zu erhöhen, wie ich das hier getan habe. Um dann diese Mechanik ein wenig zumindest auszuhebeln. Ja, dann kommen wir zur zweiten Fähigkeit. Und zwar haben wir den Mind-Rant. Das ist einfach der ganz normale Cast, den ihr hier die ganze Zeit auf euch drauf feuert. Den wird er auch durchfeuern. Da könnt ihr einfach gucken, dass ihr ein bisschen Magic, Active Mitigation schmeißt. Oder versucht da euch ein bisschen gegen zu heilen. Beziehungsweise ihr könnt das auch kicken oder sogar Stunnen, Death-Orientieren oder jegliche andere CCs auf ihn draufzuschmeißen. Um dementsprechend da den Schaden ein bisschen abzuschwächen. Wichtig ist aber, dass ihr immer noch eine Möglichkeit zum Unterbrechen übrig lasst. Denn wir haben noch eine zweite Fähigkeit, die er castet. Und das ist das Drain-Life. Und das seht ihr hier gerade. Und Drain-Life macht einfach, dass er euch Leben abzieht und sich selbst drauf gibt. Und das müsst ihr auf jeden Fall vermeiden. Weil ihr könnt es nicht brauchen, dass der Typ hier nochmal sich wieder selbst gegenhält. Übrigens, so als Rande-Information, das castet er nicht nur auf euch. Sondern es kann auch sein, dass er aufs WLAN das ganze castet. Das ist der Typ, der euch hier noch beiseite steht. Und wenn der stirbt, dann ist es hier auch zu Ende. Dann habt ihr im Endeffekt verloren. Und ja, da solltet ihr gucken, dass er auch nicht weggenatzt wird. Das sind zum Beispiel die Fähigkeiten von ihm. Dann gibt es hier noch einen Haufen Ads, beziehungsweise andere Geschichten, auf die ihr aufpassen müsst. Als erstes haben wir hier noch diese Augen, die ihr am Rand ab und an seht. Und zwar haben die normalerweise eine Fähigkeit, beziehungsweise beim Drill-Tank haben sie zwei Fähigkeiten. Erstens, was sie haben, ist Inquisitive Star. Das ist einfach dieser Strahl, der von ihnen weggeht. Dort ist es so, ihr müsst zu ihnen hinschauen. Wenn ihr das nicht tut und der Cast durch ist, dann werdet ihr zurückgenockt und zwar ziemlich weit. Und da hier die Plattform nicht ganz so groß ist, fliegt ihr einfach ins Nirvana, seid tot und dann ist es wieder zu Ende. Deswegen immer schön zu diesen Dingern hinschauen. Die zweite Fähigkeit, die aber nur bei Druid-Tanks der Fall ist, bei allen anderen Tanks nicht, ist Tormanding Eye. Das verursacht einfach, dass ihr diese Augen nicht mit Melee-Hills hauen könnt, sondern nur mit Magic-Schaden. Und da wir als Druid nur das Mondfeuer als Magic-Schaden haben, haben wir da die Problematik, dass wir sie nur über Mondfeuer töten können. Und da bekanntlich Mondfeuer nie so viel Schaden macht, dauert das ewig. Also müsst ihr immer ein bisschen gucken, dass ihr die mit Mondfeuer beschießt, diese Augen, und euch im richtigen Moment immer wegdreht. Ja, wie ihr seht, wären wir jetzt grundsätzlich schon in der zweiten Phase, aber wir müssen nochmal zurück in die erste springen, denn wir haben hier noch ein paar Fähigkeiten offen, und zwar unter anderem zwei Ads. Einmal haben wir hier die Höllenbestien, und die haben auch zwei Fähigkeiten, einmal Fail Resonation, und diese verursacht einfach, dass sie diesen grünen Kreis um sich herumcasten. Das verursacht minimal Schaden, also da müsst ihr euch echt keine großartigen Gedanken drüber machen, aber man sollte vielleicht die Mechanik davon ein wenig kennen, und zwar durch diesen Cast, den sie wirken, ist es so, dass ihr Live verliert, und zwar 10% von ihrem Maximal-Live verlieren sie durch diesen Cast, und das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, denn das machen sie bisher auf 20% Live sind, und dann dementsprechend kriegen sie mehr Melee-Schaden, also sprich, dann könnt ihr sie runterklopfen, denn die haben doch einen relativ hohen Live-Pool, und einfach sie zu versuchen wegzuklopfen am Anfang, macht keinen Sinn, man muss sie ein Weilchen casten lassen, und dann am besten umhauen. Ja, das zweite, was sie haben, ist der Smash, und zwar war das, was ihr vorhin gerade gesehen habt, dieses braune Zeug am Boden, wenn ihr da nämlich drinsteht, kicken sie euch in die Richtung weg, und das wollt ihr hier auf jeden Fall vermeiden, denn, wie auch schon bei den Augen, ist hier die Plattform relativ klein, und wenn ihr nach hinten gekickt werdet, kann es oftmals passieren, dass ihr einfach von der Plattform fliegt, da seht ihr es wieder, das ist dieser Hit nach vorne mit diesem braunen Zeug auf dem Boden, und da dürft ihr auf keinen Fall drinstehen. Und wenn ihr ein bisschen das gespielt habt, da kriegt ihr so ein bisschen ein Gefühl für, wann ihr euch vielleicht auch kicken könnt, und wann ihr euch mit den Augen dann hin und her kicken könnt, aber das ist dann eher schon das erweiterte Spiel. Ja, was wir dann noch haben, sind eine zweite Ad-Gruppe, und zwar sind das diese Neto-Horror, und die spawnen immer hier aus den Portalen, also sprich, wenn die Portale aufgehen, dann kündigen sie sich diese Neto-Horror schon an, und die laufen eigentlich immer erstmal zu Wählen, als solltet ihr aber einsammeln, denn Wählen sollen nicht sterben. Und die Cleven, die haben zwei Fähigkeiten. Psythalon heißt das erste, da kriegt ihr einen Debuff drauf, für jeden Hit, den ihr von ihnen kriegt, kriegt ihr 10% mehr Damage durch, ich glaube, Arcan-Damage ist es. Und die zweite Fähigkeit, die sie machen, ist der Neto-Storm, und dieser verursacht nämlich Arcan-Damage, und zwar erheblich Arcan-Damage. Diesen Neto-Storm, den casten sie erstmal, und sobald sie den durchgecastet haben, kalinisieren sie das, und sobald die Kalinisation kommt, dann kommt massiv Damage rein. Ihr kriegt ja erstmal durch den Psythalon dieses 6, dass ihr mehr Arcan-Schaden kriegt, und dann kommt auch nochmal dieser Storm, der halt Arcan-Schaden macht, und der killt euch definitiv, also der haut richtig, richtig rein, und der killt auch Wählen, also sprich, selbst wenn ihr ihr da FCDs zieht, Wählen rippt durch den, wenn ihr den durchlasst, und deswegen sollte der auf keinen Fall durchgecastet werden. Wie könnt ihr das unterbrechen? Und zwar kommt hier die Holy Ward ins Spiel, und das ist diese Kugel, die Wählen hier alle 30 Sekunden castet. Wichtig bei dieser Holy Ward ist, wenn ihr sie einsammelt, dann ist es so, dass alle Ads und auch der Boss erstmal desonetiert werden, für 5 Sekunden, und ihr euch und Wählen und auch dieser komische Demon Hunter, Schurke, keine Ahnung was es ist, dieser dritte Typ, der hier noch mit rumgammelt, dass die komplett vollgehalten werden. Also sprich, diese Orbs solltet ihr sinnvoll einsammeln, das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar solltet ihr immer auf jeden Fall ein Orb ziehen, wenn diese Geister zum Casten anfangen, beziehungsweise wenn sie den Cast durchhaben, und dann dementsprechend das Kanalisieren wirken, wo ihr den dicken Schaden kriegt. Dann solltet ihr am besten die Orb einsetzen. Ja, soviel zu der ersten Phase. Nachher zeige ich euch auch nochmal im Komplettguide, wie ich zum Beispiel Astrid Tank gespielt habe. Jetzt kommen wir zur zweiten Phase, und zwar in der zweiten Phase haben wir auch wieder ein paar neue Fähigkeiten, Was uns erhalten bleibt, sind die Höllenbestien mit sämtlichen Fähigkeiten, wie sie auch schon in Phase 1 haben. Dann die Geister haben auch sämtliche Fähigkeiten, auch schon wie in Phase 1, die bleiben uns auch erhalten. Zusätzlich kommen diese lila Ketten, würde ich jetzt mal sagen, die hier durchfliegen. Bei denen ist es so, wenn sie euch treffen, dann kriegt ihr erstmal ein bisschen Schaden und werdet nach hinten mitgezogen. Außer ihr springt da drüber. Also wenn ihr drüber springt, dann kommt ihr weg, aber ihr werdet trotzdem ein bisschen mitgezogen. Und da ihr hier sehr viele Effekte habt, die euch slowen oder die euch wie die Höllenbestien wegkicken, solltet ihr hier auf jeden Fall gucken, dass ihr die Ketten, wenn dann umlauft, oder gezielt drüber springt. Wenn ihr natürlich von mehreren Ketten weggeschoben werdet, dann wird es sehr schwierig, da noch drüber zu kommen. Also am besten versuchen, denen eher ein bisschen auszuweichen. Das zum einen, dann haben wir den Boss Grul, und zwar hat der ein paar fiese Fähigkeiten. Das erste, was wir haben, ist das Annihilate. Das ist einfach ein Cast, den er wirkt. Und wenn ihr den durchkriegt, dann kriegt ihr massivst Damage. Und zwar ist das Melee Damage, um da vielleicht ein bisschen die Active Mitigation nach auszurichten oder eure Spaces. Und da solltet ihr auf jeden Fall was ziehen. Und zusätzlich kriegt ihr ein Debuff, dass ihr von ihm 100% mehr Damage frest. Das sind 100% mehr. Also sprich, ist das so eine Art Soft Enrage und das stackt auch. Also am Ende werdet ihr drei bis vier von den Dingern haben. Wichtig an der Stelle, ihr könnt das Ganze ein wenig herauszögern, wenn ihr ihn stunnt. Ihr könnt ihn stunnen, desorientieren oder mit den Kugeln unterbrechen. Ganz wichtig, die Kugeln desorientieren ja fünf Sekunden auch den Boss. Blöde Sache ist hier aber, dass ihr das dann nicht damit verhindert, sondern er castet es danach ein paar Sekunden gleich wieder. Also sprich, ihr zögert es bloß ein bisschen heraus. Ich dachte am Anfang, ich kann durch einen Stun das komplett verhindern. Geht aber nicht. Also sprich, ihr könnt es einfach nur ein bisschen rauszögern. Wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade low seid, keine CDs ready habt oder eure aktive Mitigation nicht abhabt, dann stunt ihn, desorientiert ihn einfach nochmal mit den Orbs oder anderen Geschichten, um dementsprechend ein bisschen Zeit zu gewinnen und dann den Smash zu fressen, wenn ihr dementsprechend alles abhabt. Wichtig, er kann mit diesem Annihilate auch die NPCs eingreifen. Und da solltet ihr gucken, dass ihr das am besten dann unterbrecht, weil wenn ein NPC davon gewonnen schottet wird, ist der Kampf vorbei. Also es darf keiner von diesen NPCs sterben. Ja, was haben wir dann noch? Und zwar haben wir dann noch den Netastomp. Er flackert ein bisschen mit dem Flügel und er kündigt es an. Ehrlich gesagt, ich war in dem Kampf immer so abgelenkt, dass ich das nicht gesehen habe, dass er mit den Flügeln da geschlagen hat. Aber er flattert ein bisschen mit den Flügeln und springt dann auf eure Position, hinterlässt dann da eine große lila Pfütze, die ihr ja auch öfter auf dem Boden seht. Nicht lila Pfütze, eine grüne Pfütze. Und da kriegt ihr erstmal durch den Sprung schon mal einen Haufen, ich glaube, Feuerschaden. Das ist auf jeden Fall Magic-Schaden. Und wenn ihr in der Pfütze drin seid, kriegt ihr massivst Magic-Schaden. Und ihr werdet geslowed wie nochmal was. Am besten könnt ihr das ein wenig umgehen, indem ihr ständig so ein bisschen am Moven seid und auch auf den Boss ein bisschen aufpasst, wann er hier mit seinen Flügeln ein bisschen schlagt und da auf jeden Fall ausweist, weil das haut richtig, richtig, richtig böse rein. Dann haben wir noch Twisting Reflection. Das ist eine ganz fiese Sache. Das müsst ihr auf jeden Fall countern, also unterbrechen. Wenn das nämlich durchkommt, haltet er sich um 5% und gebt euch einen D-Waff drauf, dass ihr bei jedem Hit, den ihr fresst, den Boss um 5% haltet. Und ihr seht ja, am Anfang hat er nur irgendwie 30-40% von seinem Life. Und wenn er sich damit hochhaltet, dann haltet er sich gleich mal auf 50, 60, 70, 80, 100 Millionen hoch. Und dann kriegt ihr den Typen nicht mehr tot, da ihr diesen Soft Enrage durch das Annihilate habt. Und ihr werdet kein Land mehr sehen. Also wenn das durchkommt, ist es ganz beschissen. Was vielleicht noch geht, wenn es durchkommt und ihr danach gleich in eine Kugel reinlauft. Denn die Kugel stunt nicht oder desorientiert nicht nur die Erz und haltet euch, sondern es nimmt auch die Magic-Effekte runter. Es nimmt euch alles runter, außer Annihilate. Das bleibt drauf, das wäre sonst ein bisschen zu einfach. Ja, soweit zu den Fähigkeiten. Wichtig ist, wie gesagt, ihr müsst die Kugeln ein wenig sinnvoll einsetzen. Diese spawnen nämlich auch. Und zwar alle 30 Sekunden spawnen zwar eine Kugel, aber die spawnen auch nach einem gewissen Rhythmus. Und zwar können, so wie ich es gesehen habe, waren bei mir nie drei Kugeln gleichzeitig ab. Das heißt, die erste Kugel spawnt. Nach 30 Sekunden spawnt die nächste Kugel. Und dann, bevor die dritte spawnen würde, despawnt die erste. Also sprich, wenn ihr ewig Kugeln savet, das funktioniert nicht. Und ihr müsst dann immer die ältere Kugel nehmen. Also sprich, müsst ihr auch noch so ein bisschen ein Auge drauf haben, dass ihr immer die ältere Kugel nehmt. Weil wenn ihr jetzt die neue Kugel nehmt, dann kommt die dritte Kugel, dann despawnt die erste. Dann habt ihr trotzdem nur eine. Und manchmal ist es nämlich sinnvoll, sich ein bisschen die Kugeln zu safen, um bestimmte Mechaniken auszuhebeln. Beziehungsweise, um wenn so ein bisschen als Backup, wenn ein bisschen Scheiße passiert, dass ihr da die Kugeln noch habt, um euch nochmal hochzuhalten oder die Gegner zu stannen. Ja, soviel zu den Fähigkeiten an sich. Jetzt gehen wir mal auf die Druid-Geschichte ein. Und zwar, was ich so an Fähigkeiten gewählt habe. Beziehungsweise, was ich für Legendaries angelegt habe. Und danach zeige ich euch den Kampf nochmal ein bisschen kommentiert, wie ich es gespielt habe. Ja, dann kommen wir als erstes zu den Fähigkeiten, beziehungsweise Talenten, die ich hier geskillt habe. Und zwar als erstes habe ich die Blutraserei mitgenommen. Einfach, um ein bisschen mehr Wutregeneration zu haben. Dann habe ich hier die wilde Attacke, also sprich unseren Charge mitgenommen. Denke ich mal selbst erklärend. So oft, wie ihr wahrscheinlich hier rumgekickt werdet, rettet euch das einfach den Arsch, dass ihr nicht runtergekickt werdet. Also auf jeden Fall die wilde Attacke mitskillen. Dann habe ich die Gleichgewichts-Affinität mitgenommen, um nochmal die extra Range zu haben. Werde ich aber gleich nochmal was im Gesamtbild zu sagen. Dann habe ich den mächtigen Heap mitgenommen, um einfach nochmal den Boss oder die Bosse unterbrechen zu können, um ein bisschen Zeit zu gewinnen oder um den Schaden zu minimieren. Alternativ würde hier auch Typhoon gehen. Muss man halt ein bisschen öfter, kann man ein bisschen öfter unterbrechen damit. Muss man aber ein bisschen anders spielen, weil man sich halt immer auch ein bisschen auf den Mob ausrichten muss. Dann habe ich die Inkarnation mitgenommen, weil ich halt den Hauptschaden hier über das Hauen verursache und dementsprechend das mit dem 30 Sekunden lang durchspammen kann. Dann habe ich hier Wächter von Elune. Einfach eine defensive Fähigkeit. Hier wäre es sogar relativ egal, was von dem 3 ihr nehmt. Ich spiele seit eh her mit Wächter von Elune, deswegen habe ich das hier auch genommen. Die anderen beiden wären wahrscheinlich auch vertretbar. Dann habe ich hier Beißen und Reißen mitgenommen. Da macht ihr einfach mit 3 Stacks insgesamt 6% mehr Damage und 6% Damage kriegt ihr weniger. Ihr müsst immer rechnen, vor allem in der letzten Phase ist es auch ein wenig ein Damage-Accounted, denn ihr habt ja diesen Soft Enrage, den ich vorhin erwähnt hatte. Und da müsst ihr einfach schauen, dass ihr euch auch schon maximal auf Damage ausrichtet. So, dann schauen wir mal zu den Legendaries, beziehungsweise zum Gear an sich. Ich habe hier mit den beiden Legendaries gespielt, und zwar einmal mit der Brust und mit den Handgelenken. Warum mit diesen beiden? Und zwar mit der Brust erhöhe ich die verschiedenen Effekte von den spezifischen Skillungen. Und zwar habe ich hier den Astralen Einfluss erhöht, den ich mit dieser Affinität hier geskillt hatte. Ihr seht hier Astraler Einfluss, 5% mehr Range auf jedem Zauber, 75% nochmal drauf, sprich einfach noch mehr Range. Und dann habe ich ja noch die Handgelenke, die auch die Range von Hauen neben dem Schaden um 25% erhöhen. Heißt, mit allen Erhöhungen bin ich bei Hauen auf 21 Meter Range um mich rum, also sprich 21 Meter in die Richtung und 21 Meter in die Richtung, was natürlich einen sehr großen Radius hier insgesamt ergibt und mir dann auch ermöglicht, am Rand des Kreises zu stehen und trotzdem den Boss zu treffen. Wichtige Randinformation, bei allen anderen Klassen ist der Kreis wesentlich kleiner, aber im Druid ist er sehr, sehr groß. Der Druid hat allgemein die meisten Restriktionen, die es negativ machen. Aber jetzt bleiben wir mal bei der Sache. Der Kreis ist auf jeden Fall relativ hoch, und durch diese ganzen Erweiterungen können wir außenhalb stehen und können diese mich Hanexer in wenig umgehen, zwar nicht ganz, aber zumindest in einem erheblichen Maße. Und ja, mir wurde aber gesagt, man braucht die Brust nicht zwangsläufig, man kann trotzdem am Rand von dem Kreis stehen und trifft den Boss auch ohne Brust. Sprich, wenn ihr die nicht haben solltet, könnt ihr auch ein anderes Legendary nehmen, was euch natürlich einen erheblichen Vorteil bringt, denn in der letzten Phase könnt ihr zum Beispiel über die Hosen noch mehr Damage rauskriegen oder ein bisschen safer spielen, wenn ihr zum Beispiel den Hals nehmt oder auch die Schuhe würde ich hier noch empfehlen, die euch doch nochmal eine erheblich höhere Heilung gewähren. Anders vertretbar wäre auch noch das Legendary Trinkle, das ich jetzt aber auf der Bank habe, an der Stelle. Ja, soviel dazu. Dann, was habe ich sonst noch für Giersachen angehabt? Ich habe zum einen nur mit dem Zweierset-Bonus gespielt. Wenn ihr ein vertretbares Item beim Viererset-Bonus habt, nehmt es. Der Viererset-Bonus, dass ihr öfter in der letzten Phase dann eure Active Mitigation schmeißen könnt, wird euch hier erheblich was helfen. Bei mir war es nicht sinnvoll, auf den Viererset-Bonus zu gehen, denn, wenn ich das hier mal zeigen kann, meine zwei Viererset-Bonus-Teile wären 8,90 und das würde mich hier 20 Item Level kosten, hier 15 Item Level und man muss auch einfach sagen, hier ist Item Level King, weil man sowohl defensiv als auch offensiv agieren muss und ich habe es einfach schlichtweg gemerkt, wenn ich diese Stats verliere. Deswegen habe ich mich hier gegen entschieden. Definitiver Hinweis darauf, wenn ihr vernünftig hohe Items habt, nehmt den Viererset-Bonus. Ja, dann vielleicht noch ein, zwei andere Geschichten. Ich bin hier auf vordringlich vielseitig Kick-Kite gegangen und als zweites Mastery, was die normalen Tank-Stats sind und was ich aber auch standardmäßig drin habe, ist hier Satyr-Vertauberung auf den Hals, die euch nochmal Damage bringt. Hat hier auf jeden Fall geholfen. Weiterhin würde ich euch jetzt noch die Trinkets zeigen. Mit was habe ich gespielt? Ich habe einmal hier mit dem Trinket von Ursock gespielt, das einfach den höchsten Damage-Output überhaupt hat. Also sprich, diese Tempo-Prockt sehr, sehr häufig und bringt euch einfach den größten Damage-Output. Und dann habe ich am Anfang hier mit dem Auge von Gorm gespielt, habe ich dann aber beim Killtry nicht mehr angehabt, sondern ich habe mir das hier wieder hergestellt. Und zwar ist das die Gabe des Glanzes und diese hat zwar nicht so optimale Stats drauf, aber ihr habt einen zusätzlichen Stun und ich bin am Anfang davon ausgegangen, dass man den zweiten Boss, wenn man ihn denn nur oft genug unterbricht, dass er das nicht gleich wiedercastet. Da er es aber eh immer wiedercastet, kann man es nur ein wenig herauszögern mit einem zusätzlichen Stun. Ob er mir unterm Strich was gebracht hat, wahrscheinlich in einem ganz geringen Maße, aber ich denke mal, das braucht ihr nicht unbedingt, weil wie gesagt, ihr zögert das nur ein wenig mit raus. Ihr könnt es aber nicht verhindern, dass ihr einen Caster mit wirkt. Also sprich, ja, wenn ihr es habt, nehmt es vielleicht mit rein, aber sonst ist es kein Must-Have hier. Gut, soviel zu den Geschichten. Dann bin ich gerade überlegen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Genau, die Talente hatte ich gezeigt, das hatte ich gezeigt. Dann vielleicht noch zum Support an sich. Ich habe gespielt mit dem Trank der verlängerten Macht, also Prolonged Power. Dann ganz klar mit der Agiflas habe ich gespielt. Dann habe ich Runen drin gehabt, Verstärkerhunden, die übrigens relativ teuer sind, aber gut, kommt man nicht rum. Dann habe ich mir selber die Trommeln der Wut hergestellt. Ihr könnt auch die neuen nehmen, also sprich, die aber auf jeden Fall in der letzten Phase gezündet. Und dann habe ich am Anfang hier mit dem Vielseitigkeits-Buff-Hoot-Spiel gegen Ende, aber dann hier das Bärn-Tatar genommen. Denn, wenn ihr einen Gegner tötet, kriegt ihr einen Movement-Speed-Buff und der ist, glaube ich, sogar 70% oder so. Da nagelt mich nicht drauf fest. Oder 60%. Es ist auf jeden Fall relativ viel und das kann euch in der einen oder anderen Situation den Arsch retten. Es kann sein, dass es den ganzen Kampf beschissen progt und ihr es nie ausnutzen könnt, aber es kann sein, dass es euch den Arsch rettet und dann fand ich persönlich den Movement-Speed besser, als ein paar mehr Stats zu haben. Ist aber eine persönliche Entscheidung, man kann es wahrscheinlich mit beiden spielen. So viel dazu. Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal im Kampf rein und ich erkläre ihn euch mal aus Sicht des Tank-Dreadn und wie ich das so gespielt habe. Ja, als allererstes lauft ihr an ihn ran und haut vorher euren Trank an euren Polon-Power-Trank. Dann unterbrecht ihr den ersten Cast hier oder verkackt, wie es ich gemacht habe, haut ganz normal eure Single-Target-Rota drauf. Dann bei dem zweiten Cast haut ihr euren Stun drauf. Bei mir hat es sich jetzt hier um eine Rota verschoben, weil ich den ersten Cast verkackt habe. Dann lauft ihr raus. Ja, dottet hier einmal mit Mondfeuer das Auge, den Boss cast den Drain-Life. Jetzt haut ihr eure Dessentierungsrohr drauf. Lauft einmal ein Stück vom Boss weg, weil er läuft hin und her und wenn ihr dann euren Stack wieder hochstackt, dann ist es eigentlich schon gelaufen. So, jetzt da sind die Ads gekommen. Ihr zieht eure Coulons, also sowohl Inkarnation als auch euren Zorn des Schläfers und spammt einfach hauen durch. Ihr spammt einfach hauen durch. Ab dem Punkt ignoriert ihr jetzt erstmal die Augen. Dreht euch zwar hin zu den Augen, aber ignoriert sie. Ihr sammelt auch ganz wichtig nicht die erste Kugel ein. Dann macht ihr wieder Drain-Life, das einmal hin, kurz countern und weg. So ein bisschen von der Höllenbestie ausweichen, immer ein bisschen hin und her laufen und versuchen euch immer zu den Augen hinzudrehen. Da sind jetzt zwei an verschiedenen Orten gespawnt, ist ein bisschen super optimal, kann man aber auch so wie ich managen, indem man sich schon mal die Flugbahn so ein bisschen ausrennt. Dann kommen hier die Ads. Bevor ihr nochmal weggekickt werdet, ganz wichtig, löst ihr die Kugel auf, weil, wenn die Ads zum Kasten anfangen und ihr die Problematik dann kriegt, dass ihr nach hinten weggekickt werdet, ihr kommt nicht mehr rechtzeitig an die Ads rein, um eine Kugel einzusammeln, dann war es das einfach dann. Lieber die Kugel ein bisschen früher einsetzen, die Ads gleich desorientieren, den Boss mit desorientieren und dann erst, ja, die wegkriegen. So, jetzt habt ihr eure Coulons alle durch, jetzt machen wir die Augen, das ist ganz wichtig, erstmal alle Augen komplett durch mit Mondfeuer, buffen, zwischendrin immer mal wieder das Hauen, draufhauen, wenn ihr es ready habt und dementsprechend den Boss beim Drainlife unterbrechen. Hier sind die Ads wieder da, wieder schauen, bis sie zum Kasten ansetzen, dann wieder in das Auge rein, beziehungsweise in diese Orb rein, so unterbrechen und dann geht das Spielchen wieder von vorne los. Jetzt gehen wir wieder weiter, die Augen machen, also sprich, nur am Anfang ziehen wir durch und jetzt machen wir aber immer schön die Augen mit und immer am besten alle Augen mit Mondfeuer durchfeuern, dass ihr nicht in die Bredouille kommt, mehrere Augen von verschiedenen Richtungen zu haben, die euch dann dementsprechend ins Nirvana kicken und versucht auch ein bisschen von diesen Höllenbestien wegzulaufen, weil wenn ihr euch mit den Augen ausrichten müsst und dann gleichzeitig noch aus dem AE von den Höllenbestien rauslaufen, ist nicht gerade so einfach, deswegen sollte man dahingehend ein wenig schauen, dass man so ein bisschen von diesen Höllenbestien wegkommt. Ja, dann immer wieder das gleiche Spiel, diese Geistern ein bisschen wecker ehen, die Augen immer fokussen und versuchen, einen relativ sauberen Übergang zu haben. Heißt, ihr solltet nicht x volle Höllenbestien und Augen und Geschichten da haben, wenn ihr den Übergang macht, was vielleicht so ein kleiner Hinweis ist, irgendeinen Mob solltet ihr beim Übergang noch haben, denn ich hatte öfter mal den Bug, wenn alles down war und der Boss auch stirbt, dass ich dann teilweise die Problematik habe, dass er verschwunden ist, also sprich, dass er einfach der zweite Boss despawned ist und das solltet ihr am besten vermeiden. Ja, dann habt ihr nochmal gesehen, Drain Life castet er, da vielleicht auch ein bisschen drauf achten, dann normalerweise möglichst lang mit den Geistern warten, bis ihr das Auge aktiviert, aber wenn ihr natürlich das Drain Life castet, dann ein bisschen früher. So, jetzt wird es interessant, der zweite Boss kommt, wir versuchen hier möglichst zwei von den Orbs mit in die zweite Phase zu sehen, ihr solltet euch ein bisschen merken, welche von diesen beiden Orbs die erste ist, die gespawnt ist. Und hier seht ihr gleich, er hat seinen Cast, Annihilate, gecastet und den habe ich gleich mal unterbrochen, denn ich bin ganz low und jetzt castet er hier seine Heilung, das habe ich mit der Orb unterbrochen, was jetzt schlecht ist, weil die Ads außen desmonitiert sind. Meistens fangen sie dann nach, direkt den Cast an und man rippt dadurch. Deswegen solltet ihr möglichst das nicht versuchen, es ging jetzt in dem Moment nicht anders, sonst hätte er die Heilung durchgekriegt und das ist wirklich der Worst Case, der passieren kann. Ja, zwei Orbs habe ich gerade noch liegen, im Moment sieht es relativ gut aus, einfach ein bisschen rumlaufen, den Boss ein bisschen kiten, ich habe hier auch meinen HT gezogen, ich habe meine Inkarnation hier gezogen und dann, sobald es ready ist, ziehe ich auch noch Dings hier dazu, Zorn des Schläfers und natürlich den Pot. Optimalerweise wäre es, wenn man alles gleichzeitig zieht, oft kommt man aber die Bredouille, dass man bestimmte Sachen vorher ziehen muss, dass man einfach nicht stirbt. Zum Beispiel mit dem Inkarnation kann man nochmal die Ads safen, ohne dass man eine Kugel braucht, wenn die jetzt mal draußen stehen sollten, weil man zum Beispiel die Orb frühzeitig ziehen muss, um nicht zu sterben. Ja, dann einfach versuchen hier, nicht von diesen Ketten treffen zu lassen, die Ursachen übrigens nicht sonderlich für Schaden, aber die ziehen euch halt zurück und das ist schon erheblich, was man da dann an anderen Fähigkeiten frisst. Und hier habt ihr jetzt gerade gesehen, habe ich ein bisschen viel von der grünen Void abgekriegt. Ihr seht, da bin ich extrem runtergetroppt, deswegen musste ich gleich die Orb holen und habe jetzt dann hier die Problematik, dass ich jetzt gar keine mehr habe und fresse hier das Annihilate voll, obwohl ich zweimal Aktiv Mitigation ab habe, gehe ich da wirklich schon extrem low. Also da muss man immer so ein bisschen gucken. Sobald das Annihilate durch ist und die Ads kommen, sollte man immer wieder ein bisschen schauen, dass man zu wählen kommt, um die Kugel zu aktivieren, aber am besten nicht die ganze Zeit da rumgammeln, weil sonst voidet man sich unterm Strich diese Kugeln mit dem grünen Zeug zu und dann hat man die Problematik, wenn man zu einer Kugel will, aber durch diese grüne Suppe laufen muss, dass man dann definitiv sterben wird dadurch, weil wenn man da ein, zwei Sekunden drin ist, ist man einfach tot. Und hier seht ihr, da habe ich noch eine Annihilate am Schluss gefressen, ich habe leider meinen Desorientierungs-Raw nicht mehr durchgekriegt, aber ganz wichtig, hier nicht freilassen, wenn ihr bei 1-2% seid, der Kampf ist wirklich erst vorbei, wenn Velen oder dieser Demon Hunter stirbt, das ist ganz wichtig zu wissen und normalerweise ist es, wenn ihr tot seid, dann geht der Boss auf die beiden und die sind innerhalb von 5-6 Sekunden eigentlich meistens frei. Jetzt hat er aber gerade alle seine Fähigkeiten an mir rausgelassen und hatte nur Melee-Hits, die nicht so viel Schaden machen, die überlebt sogar Velen und die haben ihn sogar noch gekillt beziehungsweise seine Dots haben ihn noch runtergetickt und ich habe dementsprechend den Kampf abgeschlossen. War verdammt knapp, man könnte behaupten, dass Velen ihn getötet hat und nicht ich, aber das ist nur gerüchteweise. Ich habe ihn natürlich nur aus eigener Macht umgebracht. Ja, damit wären wir auch schon wieder am Ende von dem Ganzen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen nahe legen beziehungsweise zeigen, wie das Ganze funktioniert. Sobald ihr das nämlich fertig habt, könnt ihr dann eure Quests in Dalaran abgeben und bekommt dann den Bären. Habt ihr, denke ich mal, vorhin schon gesehen, wie das funktioniert. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als euch guten Loot, wollte ich schon sagen, viel Glück zu wünschen bei dem Kampf. Ganz einfach ist er nicht. Ich rate euch, es nur anzugehen, wenn ihr über 900 Item Level habt und selbst da werdet ihr doch ein wenig Zeit brauchen, um ihn zu besiegen. Ich werde mich an der Stelle verabschieden. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt beziehungsweise wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann könnt ihr mich natürlich sehr gerne abonnieren. Und ja, ich werde jetzt nochmal die Kill-Sequenz euch einblenden. Manche Leute finden es ja immer ganz amüsant, dieses Kill-Screaming zu hören. Bei dem gab es bei mir ein bisschen Kill-Screaming und vielleicht will der eine oder andere das noch sehen. Blende ich euch jetzt noch mit ein. Wer das nicht sehen will, kann wie bei der Sendung mit der Maus einfach mal abschalten. Oder nee, war das hier Löwenzahn? Ich weiß es nicht mehr. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Tilla. Ciao. Nein! 2 Prozent! 9 Prozent! Tötet ihn! Tötet ihn! Willen! Willen! Tötet ihn! Tötet ihn! Bitte! Tötet ihn! Warte! Bitte! 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 Hat das jetzt, klappt das jetzt? Bitte! 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 Leute, ich werde religiös, wenn das jetzt klappt. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß wählen. Mach keinen Scheiß jetzt. Yes! Ich hab's! Guys! Ich hab den Scheißdreck! Yes! Yes! Das war ein Scheiß! Okay. Fuck! Fuck my life! Das waren jetzt zu viele Stunden. Okay. Okay, ich hab jetzt ein bisschen Herzklopfen, Leute. Okay. Okay, ich hab mich wieder. Sorry fürs Rumgeschrei. Huh! So, muss ich den Kack jetzt abgeben? Vielen Dank.